Erik Tormi, 1-0 gegen Ahlen heute. Glückwunsch. Für dich das erste Pflichtspiel auf dem Betzenberg. Wie war es? Es war natürlich ein geiles Spiel. Ich denke, dass wir das Spiel auch dominiert haben. Wir hätten nur Heere gewinnen müssen. Am Ende hatten wir noch richtig viele Chancen. Im Endeffekt ging das 1-0 absolut in Ordnung. Es war natürlich ein geiles Gefühl, hier auflaufen zu dürfen. Simon, 1-0 gegen Ahlen. Glückwunsch zum Sieg. Für dich das erste Spiel wieder auf dem Betzenberg nach der Rückkehr. Man hat nicht unbedingt das Gefühl gehabt, du wärst weg gewesen. Es sah richtig gut aus. Es hat sich auch so angefühlt. Es war kein Unterschied zum letzten mehr. Wir sind spielerisch besser und heute war es trotzdem ein großer Feind von uns. Wir haben den angenommen und haben unser Ziel erreicht mit den drei Punkten. Wir wissen, dass wir letztes Jahr hier gegen Ahlen nicht gut ausgesehen haben. Das haben wir korrigiert und sind froh. Wir sind jetzt super gestartet, aber wir müssen weiter schauen. Es waren jetzt erst zwei Spiele für uns. Und das nächste Spiel folgt nächste Woche. Mal schauen, was noch möglich ist. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.